Musik Grüezi und Hallo auf dem Stigi-Beri-Kanal. Vogelspielzeuge, warum teuer kaufen, wenn man es selber basteln kann. Oder aus Altem etwas Neues machen. Ich war gestern im Gartenzentrum und habe mir diese kleinen Blumentöpfchen gekauft. Ein Stück für nur 30 Krabben. Lederband und die anderen Sachen, die du hier noch siehst, sind von einem alten Spielzeug, das nicht mehr so schön und auch nicht mehr so interessant gewesen war für meine Welles. Damit nichts rutscht, mache ich immer noch einen Knopf dazwischen. Damit die einzelnen Teile besser heben. Musik 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 Das war's für heute. Am Schluss kommt noch ein Glöckchen dran, denn das macht das Ganze spürzig, noch etwas spannender. Am Schluss kommt noch ein Glöckchen an. und fertig ist das kunstwerk sieht doch ganz hübsch aus oder da bin ich mal gespannt wie lange das es geht bis meine flugpiloten das neue spielzeug entdecken viel spass beim nachbasteln tschüss bis zum nächsten Mal